Konnichiwa, Twitches Copperhead hat die Lösung gefunden, sagt er. Deswegen gehen wir jetzt da raus und da raus und reden mit dem Schwanprinzen. So, mit dem Schwan, die Schwertkunst. Okay. Some such. Ähm. Schwerkkunst Verstauen, hast schon gewonnen. Lücke in der Deckung. Ähm. Ähm. Hast schon gewonnen, hast ihn erwischt. Äh. Lücke in der Deckung. Scheiße, wie weit war ich jetzt? Verdammt. Hast schon gewonnen. Lücke in der Deckung. Da steht nichts mit Lücke in der Deckung. Hä? Trollen? Trollen tun es nicht. Ich verstehe es nicht. Schwerkkunst Verstauen, hab ich gemacht. Hast schon gewonnen. Die Lücke in der Deckung. Äh. Das ist das Nächste, oder? Oh, ich bin so durch. So, greifst sich plötzlich an. Hat dich. Jetzt die Schwerthand. Und dann greift sie dich plötzlich an. Und dann, du hast ihn erwischt. Und dann, du hast ihn gewonnen. Du hast ihn gewonnen. Dann muss ich das machen. Oh. Ähm. Ähm. Ist dir ein Schwann eigentlich ein... ...robot? Ähm. Ich bin ein Schwann-Prinz, ich versuchte ihn. Ich bin ein Schwann-Prinz, ich versuchte ihn. Ähm. 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 Nimm mit. Hihihi. Hihi. Okay. Also... ...was ist denn, wenn wir das der Prinzessin zeigen, das Ding? Hier. Guck mal. Wie jetzt? Okay, aber den zweiten will sie gar nicht? Scheiße, was mache ich denn dann jetzt? Brauche auch die Blumen. Herzen für Copperhead. Jawohl. Das ist gut. Okay, ich habe einen Schuh. Einen. Ich brauche aber noch den. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt die Prinzessin umbringen. Und wo kriege ich jetzt Blumen her, wenn die nicht... Den Schwan? Kann man den Schwan mit... Ach, Quatsch. Kannst du doch nicht den Schwan mitnehmen. Kann ich vielleicht... Maybe not here. Hm. Evi, was du schreibst, ist ne Idee? Ja. Ich bin... Ja. Ich nehme die Juggling Balls und ... Nein, nicht. Neh, nicht zu denken, dass die Hände grüßt. Anywhere neben meinem Essen. Aber Jester, ohne etwas zu juggle. Ernestine, Sie können sie immer mit ... Oh, ich weiß nicht. Die Tomate? Nein. Ja. Die sind meine Tomate. Geh weg von ihnen. Jetzt, jetzt. Du, von allen Menschen, wissen, dass Herr Bernhard mir alles in dem Kessel gegeben hat. Ich mache das. Alles gut. Alles gut. Aber nur genug für deine ... ... Tricks. So, so. All right. Neue Material. Lass uns das einen Wurl geben, hm? Das sollte interessant sein. Nochmal? Mhm. 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 Ja gut, jetzt hat sie halt Tomaten. Wenn ich sie jetzt ... Anna, hey girl, what's on your mind? Wenn ich sie jetzt zur Prinzessin schicke ... Aha. You know what? Und da dann die Tomaten ... Zermatsche. Dann ist die Prinzessin bestimmt ... ... sauer. So. Mhm. Mhm. My, my, Prinzessin. That's a bold new look you've got there. Bittimtisch. Mhm. 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 ... ... ... ... Oh? ... ... Ja, das ist schön. Yay! Ähm, Ossiman! Wir haben's geschafft! Hallo! Vielen Dank fürs Trollohon! Und willkommen in der Schublade. Ach, schön. Dann nehm ich jetzt erstmal den Schuh mit. Ja, 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 das kriegen wir hin. Kannst du jetzt hier Dinge tun? Gut, das hatten wir ja irgendwie. Ich glaub, wir haben uns da vorhin irgendwie reingebackt. Hm. Okay, wir hatten hier ja irgendwie vorhin schon alles. Ja, gut. Dann halt nicht. Dann müssen wir jetzt Schuhe haben wir. Können wir die jetzt... Okay. Gut, dann müssen wir jetzt ja noch irgendwie in der Küche weiterkommen. Aber wie denn? Braucht ja auch Blumen. Ich hab keine Ahnung, wo ich Blumen herkriegen soll. Ich kann jetzt an die Schubladen gehen? What? Echt jetzt? Schubladen? Hm. Nö. Nö. Nö, kann ich nicht. Genau dasselbe, was vorhin auch schon war. Die Küche. Dudes. Die Küche. Was mach ich hier? Muss ich jetzt... Muss ich die jetzt wieder in die Küche schicken, die Kleine? Ach so, okay. Jetzt kann ich hier... Kann ich hier vielleicht nochmal Matschepampe machen? Oh, Gott. Habe ich mich erschrocken. Kurti! Du kommst gleich nochmal. Ich will mich nicht von meinem eigenen Alert nochmal... Hm. Pass auf. Hallo, Kurti. Ich mach das nicht nochmal. Nein, mach ich nicht. Gott. Kurti, danke für deine Unterstützung und willkommen in der Sublade, die durchsichtig ist, wenn ich die Hand nicht davor halte, weil sie irgendwie spiegelt. Dadadadada. Hup. Hi. Mit Geld kannst du nicht gewinnen? Was? Ähm. 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 Auch endlich mal, Kurt. Go, trollen, singen. Nein, das muss... Das muss... Ich brauch wieder ein anderes Lied, bis ich da singen kann. Sonst ist es ja nichts Besonderes mehr, wenn ich immer singe. So, wie ich hier jetzt weiterkommen soll, weiß ich allerdings auch nicht. Kann ich jetzt vielleicht mit der Köchin reden? Funktioniert da jetzt irgendwas mit Ablenkung? Ähm. Ah, Kokino. Du sagst, du hast mehr Kraft zu machen, richtig? Was? Es ist so passiert, dass ich ein ziemlich großartiges Swan gesehen habe, die nur, äh, wurde auszündet. Du bist interessiert in etwas wie das? Hm. Die letzte Mal, wenn ich versucht, die Kastel zu machen, ich habe fast verabschiedet. Aber dann wieder, wenn es schon auszündet ist, dann würde ich sagen, dass ich mich interessiert. Und es ist so fick. Gah! Gah! Starting to have second thoughts about this idea now. I shouldn't hang around too long. Who knows when the cook will catch on to me. That's not to mention how, uh, unsafe that looks. This is... Sorry to bother you. Not as sorry as I am. Das ist was geil. Und jetzt sieht sie bestimmt nicht, wenn wir in den Käfig gehen, wa? Okay. Ja, cool. Kann ich dann jetzt mit der Nachtigall die Eule mobben? Ja, ja. Ja, was soll denn das jetzt heißen? Hm. 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 Muss ich vielleicht die Nachtigallen mit Tomaten vollstopfen? Mit Resten vollstopfen. Mit Korn vollstopfen. Warum nicht? Hm. Hm. Toll. Jetzt habe ich den blöden Vogel und weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Pfanneschwahn. Ich glaube nicht, dass ich die Nachtigall in die Kohlen stecken soll. Ich glaube nicht, dass ich die Nachtigall in die Kohlen stecken soll. Was? Ja. Ja, natürlich. Im Keller. So, guck mal. Kleiner Vogel. Vogel. Kleiner Vogel. Oh. Schiff. Ja, gut. Dann jetzt. Jetzt. Jetzt aber. Oder muss ich die auch noch. Halt die Klappe. Sch, 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 sch. Muss ich den Vogel jetzt auch noch dicker machen. Den Unterschied bemerkt niemand. Alter, was ist so ein Gerstaden los? Das ist was zu Ende. Äh, was ist denn da los? Hallo? Ähm, für eventuell nur auf YouTube guckende Menschen. Hier sind gerade irgendwie 10 Millionen Leute, die in meinem Chat guten Tag schreiben. Was ist denn da passiert? Guck, guck. Grüße von Jeff. Seid ihr geil? Ah, ein Jeff Raid. Hallo? Oh, ich hab schon... Ich hatte jetzt schon Angst, dass irgendwelche Amis mich überfahren. Ah, schön. Grüße an Jeff zurück. Ich kann... Ich komm... Entschuldigung. Ich komm... Ich komm... Ach, seid ihr süß. Macht mal Handherzen! Für Jeff und seine... Jeff... Follow... Jeff... Jeffara? Ich weiß es nicht. Ich... Wie nennt man euch denn? Oder ihr euch? Ist jetzt peinlich, wenn man das nicht weiß, ne? Jeff liebt dich. Awww. Voll cute. Mensch, jetzt hab ich hier lauter Namen stehen. Schatten. Equality. Artie Needs. No Skill. Gamer Girl. Heisenberg. Was... Erschieß doch irgendwas. Seeadler. Destroyer. Dickie. Blackjoker. Satan. Zippo. Hochtal. Alter. Ihr alle. Danke fürs Trollhauen und willkommen in der Schublade. Und Alter, Jeff. Danke für den Hust. Guckt euch diese Zahl. Was ist denn los? Ihr seid ja der Hammer. Danke schön. Hallo. Wo war ich gerade? Ja, ja, ja. Alter, du machst meine Alerts kaputt. Moment, wen haben wir denn... Ich lese jetzt einfach aus meiner Liste vor, weil wenn ich danach gehe, dann muss ich zu lange warten. Das sind Relas, Town of the Dead und Mike... Mike525A. Vielen Dank fürs Trollhauen. Willkommen in der Schublade. Was ist denn? Ihr macht mich fertig. Oh Gott. Oh Gott. Ich seh nur noch Nutella-Gläser und Handherzen und Hörner und... Hallo, Jeff. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Echt gut. Hey, Jackster. Hahahaha. Hatatat. Hahahaha. Sing mal was. Wieso denn singen? Ich singe nicht. Nur... Zumindest nicht auf Kommando. Ich hör die ganze Zeit die Geräu... Was, Alter? Hallo. Papa2007. Hahahaha. Hade. Todgar. Crank. Ulgur. Lindao. Und der Jeff. Und Kavadi. Und Nerex. Und... Vielen Dank fürs Trollhauen. Alter, ihr macht mich... Ich macht mich gerade kaputt. Willkommen in der Schublade. Alter, Vater. Oh Gott. Diese Zahl. Ähm. 450. Ähm. Nein, ich bin Profi. Ich bin natürlich... Ich kann mit großen Zuschauerzahlen... Komm ich voll klar. Ähm. Ich schwitze auch gar nicht mein Pony voll jetzt vor lauter Aufregung. Kann ich weitermachen vielleicht? Ich glaub das geht grad gar nicht, ne? Geht nicht. Hahaha. Wut. Wut. Hm. Hm. Wo war ich gerade? Was war eigentlich das Problem da oben? Ich hab jetzt gar nicht mitbekommen, was da oben passiert ist, weil dann... Das passiert ist, was gerade passiert. Was zum... Obi-Wan Paradox. Wow. Schnitzel-Heini. Rog. Moritz. Abgem. Kitten. Luraya. Ich lese ab und zu einfach mal ein bisschen aus der Liste vor und mach dann... Danke fürs Trollen und willkommen in der Schublade, wenn das okay ist, weil sonst komm ich. Ich kapite... Äh. Pfff. Ja, da oben war ne Eule. Ich weiß. Ich... Das... Das find ich ja krass. Trollensohn macht gleich plopp. Ei. Alter. Saterm oder Satherm. Ich weiß es nicht. Was zum... Hallo. Willkommen. Dankeschön. Hahaha. Jeff. Alter. Was machst du denn mit mir? Das ist ja... Ich krieg Bauchweh von... Aua. Ich hab Bauchweh. Ganz ruhig atmen. Ohm. Ihr seid ja drauf. Überfordert sie einfach ist süß. Nein, ich bin gar nicht überfordert. Ich hab jetzt nur die ganze Zeit Geräusche in meinem Ohr. Hm. Hm. Der ist geil. Und DM. Und... Alter, was... Viel Spaß mit uns. Hahaha. Ein Pfundsauerküschen. Oh Gott. Ich... Pfff. Dankeschön. Viel Spaß mit uns. P. P. Hahaha. Alter, der Tod kommt halt schon gar nicht mehr hinterher. Ihr seid doch... Ihr seid... Ah, nein. Nein. Ihr seid doch... Hm. Evil Apple of Doom. Auch du. Und... Und Sepp B. Und... Le Coop. Hahaha. Ihr seid ja der Hammer. Ähm. 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 Ich kann doch so gar nicht in Ruhe weiterspielen hier, wenn die ganze Zeit Geräusche kommen. Viking Slayer. Cooler Name. Äh. Erstmal hier. Prost. Auf euch. Da steht zwar Bier drauf, ist aber keins drin. Auch wenn's ein bisschen so aus... Ne, okay. Das wär schon Kölsch. So wie das aussieht. Ist... Nur Energy. Schorle. Alter. Und dazu jetzt so diese... Musik. Habe ich die Eule jetzt im Inventar... Guck mal wie grumpy die ist. Oh Gott. Dank Ihnen hat der Kettenputzer. El Player. Bronto Burger. Lean down. Dude. Dude. Vielen Dank fürs Trollonen. Ihr alle. Ihr Kaputten. Willkommen in der Schublade. Das ist echt zu viel. Herzlichen Glühstofftrollen zum neuen Zuschauerrekord. Ja. Danke Jeff dafür. Ah. Ich muss den Ventilator wieder anmachen. Ah. Das hält ja keiner aus so. Jaja. Todgar. Dich hatte ich schon. Glaube ich. Das ist ja alles voll durcheinander hier. So. Aber ihr wollt ja bestimmt jemanden Spiele spielen sehen. Nicht wahr? Was hatte ich denn jetzt da oben? Hm. 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 Okay. Greg. Vielen Dank fürs Trollonen und willkommen in der Schublade. Vielleicht. Soll ich. Vielleicht wenn ich die Eule da in den Käfig reinstecke. Das kommt doch bestimmt voll gut. Oh. Ja. Endlich. Das ist perfekt. Nerex. Huh. Guck doch mal wie schön die zusammen passen. Hm. Hm. Die, die sehen, die sehen aus wie voreinander geschaffen. Kapani. Du bist Trollonen und willkommen in der Schublade. Es tut mir leid wenn ich jetzt so ein bisschen da daneben bin. Warum war denn Kurti auf einmal kurz weg? Habt ihr das gesehen? So was. Okay. Dann. Ach guck mal. Jetzt ploppt der Jeff auch mal auf. Nachdem ich ihn vor 10 Minuten schon vorgelesen hab. Dieses Tool ist der Wahnsinn. Äh. Gut. Dann kann ich doch jetzt aber da oben rein. Anna. Du hast es geschafft. Sie hat es geschafft. Ja. Sie hat nichts über die Eule gesagt. Also das ist gut, oder? Haha. Das ist gut, Ben. Jetzt. Jetzt. Endlich. zurück nach hierher. Ah. 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 Something is not right. You, tell me now, what are you up to, hmm? Me? No, no, I... I'm just the usual innocent Ben. You know me, I'm too scared to do anything. Right. Hmm, very well. But I'm warning you, today is absolutely crucial, Ben. Do not mess with me, you will regret it. Phew, that was close. A little too close. Fuff, she re-locked the door. I couldn't see the code from where I was hiding either. But hey, we finally have some time for a chat. And I know you, Anna. I bet you already have another brilliant and benefit plan, huh? Well, I plan on finding the missing queen to stop Winfrieda's wedding. Let's take one thing at a time, though. First things first. Alter, das hört gar nicht mehr auf. Hat die denn gemacht, ey? Was? Der Bär heißt nicht Ben, sondern Ted? Fake name? Nein, das ist der Metal-Bär. Der da, das. Das ist der Metal-Bär. Jetzt hat er sogar ein bisschen Metal an sich. Alter, ist jetzt mal gut. Ich glaub, die, die... Die Einblendungen sind jetzt alle durch und jetzt ploppt noch so der Ton hinterher, weil ihr das total gesprengt habt. Ihr verrückten Leute. Was, 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 was? Trollen unten rechts stehe anstatt Hashtag-Trollen-Live-The-True-Code. Ja, da steht immer der letzte Subscriber jetzt. Außer im, äh, Piraten-Screen. Da hab ich das noch nicht umgebastelt. Da ist noch das Hashtag drin. Der ist sowieso voll hässlich. Den muss ich noch mal ein bisschen schöner machen. Wunderbar. Ihr hattet es total schön. Das ist spitze, was du gemacht hast, Chip. Du bist doch verrückt. Alter Vater. Wir haben nix gemacht, Chip schuld. Und macht Alice Quest Spaß? Ja, schon. Ich hab das jetzt irgendwie... Diese Töne die ganze Zeit. Kann das aufhören? Das ist ja hammerhart. Okay. Ich kompensiere mich. Es ist zu schwer zu sehen. Dieser Ort hier ist schön und dicht zu der Tür und der Code, eigentlich. Es ist einfach... Ich kann wirklich nicht sehen, was sie entdeckt, mit all diese Sachen in der Nähe. Ich frage mich. Wenn ich eine Chance finde, um diese Sachen zu verabschieden, vielleicht dann kann ich den Code schütteln und sehen. Äh, bist du sicher, dass du wirklich brauchst da drüben? Huh? Äh, vielleicht... Aber ich glaube, es ist eine gute Idee, Ben. Let's give it a shot. Äh, äh... If you insist. Das hört echt nicht mehr auf. Ich mach an der Stelle jetzt mal einen Cut für YouTube rein. Und lass das hier mal alles ausdingeln. Das ist ja der Wahnsinn. Liebes YouTube, vielen Dank bist du schon. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen.